Blatt, blatt, aber latt, papp. Jo, auf dem letzten Drücker will ich da noch mal einen Gruß, Frau Chicken. Jo, Arns, komm gut und oder wir wird heute im Schauspielhaus und da hat wir sehen, der Kopfmann von Venedig. Jo, man kann denken, was man will, so ganz gut, hätte uns das nicht gefallen. Und was wäre noch, das ist der Weg, jo, das ist der Weg. Jo, wir waren in der Galerie der Schlumper und ach, daran hätten wir in das Adelier von flexiblen Flimmern den wunderschönen Film sehen, Moti. Das wäre schön und das hätte uns gut gefallen. Und dann sitzen, jo, habe ich geschrieben, ich habe eine Geschichte geschrieben, Vief vor 12 und noch eine andere, aber darüber will ich jetzt nicht reden. Und ich will jetzt wohl den Terauderteller nehmen und ja, so ein Stück, jo, von Eden und ich wünsche jo, platt, platt, aber latt, papp, bis nächste Weg und muck das Gott. Tschüss.